Reißt die Hütten ab, so das Motto des Hauptstadt-Sport-Wochenendes. Denn in den Sporthallen der Hauptstadt beben die Parkette. Allen voran der Boden der Max-Schmeling-Halle. Beim Hockey Final Four geht die Abrissbirne sechsmal durch die Halle, sechsmal Spitzenhockey, sechsmal Kampf um die Deutsche Meisterschaft und alles zeitnah bei uns zu sehen unter www.hauptstadtsport.tv noch mal zum Mitschreiben www.hauptstadtsport.tv Doch wir haben noch mehr zu bieten. Derby-Abriss heißt es in der Brandenburger Hölle. Direkt aus dem Volleyball-Olymp kommt der Deutsche Meister zu den Netzhoppers Königs Wusterhausen-Bestensee. Auch in der Hämmerlinghalle herrscht Erdbebengefahr. Die KSC-Ladies haben nach dem Sensationssieg gegen Wiesbaden den Dresdner SC zu Gast und wollen da wieder den großen Coup landen. Das war es aber noch lange nicht. Denn auch der Fuchsbauer wird wieder auf den Kopf gestellt. Die Spreefüchse haben den Tabellenvierten VfL Oldenburg als Gegner und möchten zu Hause endlich mal wieder richtig überzeugen. Das Abrisswochenende auf deinem Hauptstadtssender. Schutzhelm auf und Hauptstadtsport.tv an.